Herr Landeshauptmann, Sie sind angetreten, um Südtirol zum lebenswertesten Lebensraum Europas zu machen oder zumindest zu einem der lebenswertesten Orte und Lebensräume innerhalb Europas. Jetzt haben wir 40.000 Familien in Südtirol, die armutsgefährdet sind. 40.000 Familien, das heißt 40.000 Männer, 40.000 Frauen plus über 80.000 Kinder. Aufgrund der großen Teuerungen, aufgrund des teuren Wohnraums, aufgrund dessen, dass wir die Strompreise, die Energiepreise überbordend haben und nichts dagegen getan haben für die Allgemeinheit. Und für das, für diese große Herausforderung, haben Sie noch nie einen Sonderlandtag einberufen. Für diese großen Probleme der Bürger haben Sie noch nie bei den Oppositionsparteien angeklopft. Wir müssen einmal reden. Das haben Sie jetzt gemacht, für diesen Sonderlandtag hier. Weil Sie es intern nicht auf die Reihe kriegen bei euch. Hier erkenne ich die Prioritäten. Und das ist das, was mich auch demokratiepolitisch schmerzt und was auch Ihre Aussagen, Lügenstraf, die Sie bei Regierungsantritt gemacht haben. Und ich lese Ihnen vor, was Sie 2019 gesagt haben, als diese Landesregierung zum ersten Mal installiert worden ist, als Sie sie zum ersten Mal vorgestellt haben. Da haben Sie gesagt, ich denke, dass sich die Menschen von uns nicht erwarten, dass wir streiten und aufeinander losgehen. Das ist das Bild, das man gerne von der Politik zeichnen möchte. Wir sollten dem nicht entsprechen, denn es ist nicht so und wir wissen es. Wir sind hier, um gemeinsam seriöse Arbeit zu machen. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung, das ist klar. Aber wir sind hier, weil wir alle diese Verantwortung übernehmen. Ich sage, arbeiten wir dagegen, dass weiterhin das Klischee verbreitet wird, es ginge um etwas anderes. Uns geht es darum, für die Menschen zu arbeiten. Wenn wir hier für die Menschen arbeiten würden, dann hätten wir die ganzen Probleme, diese großen Probleme, und es sind ja viel mehr, es sind ja auch die langfristigen Probleme, wenn wir an Umwelt denken und andere Themen, die ich gar nicht angesprochen habe. Dann hätten wir hier ganz oft ganz andere Mehrheiten gehabt im Landtag. Da hätten wir eine ganz andere Form der Zusammenarbeit gehabt. Und vor allem hätten wir nicht einen Sonderlandtag hier, wo es nur darum geht, eure Schmutzwäsche intern aufzuarbeiten. Denn eines muss man schon sagen, beim letzten Sonderlandtag von der Opposition einberufen, wo Sie gesagt haben, Sie wären alle regierungsfähig. Herr Landeshauptmann, da haben Sie gesagt, rund zum Thema Sattaffäre, die Landesregierung und die Landesverwandlung hat Stand gehalten, ist sauber und das wurde auch gerichtlich so bestätigt. Ich nehme das so hin, wenn das Ihre Auffassung ist und Ihre Interpretation ist und wenn Sie das glauben, was Sie selbst sagen. Das heißt für mich, dass Sie Landesrat Wiedemann loswerden wollen, ist natürlich aufgrund einer persönlichen Angelegenheit beziehungsweise des Vertrauensverlustes und nicht, weil er sich bei der Sattaffäre irgendwas zu Schulden kommen lassen hat. Denn das anscheinend war ja alles sauber von Seiten der Landesregierung. Und da möchte ich Ihnen, und das tut mir, es ist schon auch bezeichnend, dass man hier auch dieses Demokratieverständnis nachzeichnen muss. Man kann jemanden zum Rücktritt auffordern. Dazu braucht es Autorität. Man kann nicht beschließen, trete zurück. Ich kann, wenn jemand strafrechtlich oder man kann sein Mandat verlieren, dann muss jemand zurücktreten, weil er zum Beispiel Geld gestohlen hat. Und wenn man Jasmin Ladurno so lobt, dass sie freiwillig gegangen ist, ein paar Wochen später wäre es dann halt der Beweis gewesen, dass sie das Geld genommen hat, egal wie hoch die Summe ist. Das ist ein Unterschied. Da haben wir eine strafrechtliche Relevanz. Solange man sie hier nicht beweisen kann und Landesrat Wiedemann, ich habe dir das persönlich gesagt, deswegen sage ich es dir jetzt, ich traue dir zu, in anderen Bereichen, dass man dich, irgendwo würde man dich kriegen, man hat nur nichts an der Hand. Aber bei der Sattaffäre wahrscheinlich wirklich nicht. Deswegen, dass du hier drankommst, ist eine persönliche Geschichte und da braucht man Autorität, dass jemand zurücktritt. Und das ist eine Schwäche seitens des Landeshauptmanns, aber auch des Partei-O-Mannes, der Volkspartei. Weil glaubt ihr beide wirklich, dass man politische Kaliber wie Wiedemann und Zeller einfach so ins Ecke stellen kann, weil man sagt, na, wir beschließen jetzt, dass ihr beide zurücktreten müsst. Ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr Autorität und ein bisschen mehr Schuspe. Ein Medium, einer der beiden Journalisten, die das Buch Freunde im Hedelweiß geschrieben haben, die haben einen Artikel jetzt verfasst rund um den Sonderland und geschrieben, die Opposition mit einem Bild von uns wäre formal dagegen, gegen diese Landesregierung jetzt. Also dieselbe Landesregierung ohne Wiedemann. Ich muss Ihnen sagen, ich bin nicht formal dagegen. Ich bin inhaltlich dagegen. Und zwar ganz einfach. Herr Landeshauptmann, Sie sind Finanzlandesrat. Sie haben auch die Sorge zu tragen dafür, dass auf den einzelnen Kapiteln, auf den einzelnen Ressorts, das hinkommt, was nötig ist. Und ich kann einfach nicht verstehen, warum das Ressort Mobilität 540 Millionen plus drinnen hat und beim sozialen 8 Millionen für die Anpassung der Wohnbaupunkte nicht drinnen sind. Das liegt nicht nur an den einzelnen Landesräten. Und das, Landesrat Alfreiter und Finanzlandesrat Kompatscher, das soll der moderne, der progressive Teil, das neue Südtirol sein. Ach, ich sage es besser nicht. Inhaltlich dagegen, wir wählen heute mit eine Landesrätin Kurnsau, eine Landesrätin Degg, ein Landesrat Besone, weil sie ihren Job alle so gut machen, weil es so gut läuft bei der Raumordnung, weil es so progressiv ist, auch Vettorato bei den Umweltthemen, weil wir da richtig vorne sind, weil wir Experten sind auf dem Gebiet. Landesrätin Degg beim Sozialen, ich sage es besser nicht, ich sage es Ihnen bei allen Landtagen, deswegen möchte ich es gar nicht wiederholen. Landesratschüler, Landwirtschaft, wir versuchen halt weitermachen. Die großen Visionen haben wir auch nicht, also Lebenswert wird anders ausschauen. Ach, haben wir Personalnot in den Schulen, vor allem in den städtischen Zentren, die dringend Leute bräuchten. Dort werden genau die Probleme produziert, die wir dann haben, in der Jugendszene und in den Familien. Deswegen hier brauchen wir unbedingt Leute. Wir wählen heute diese Landesregierung mit und deshalb können wir als Freiheitliche inhaltlich schon gar nicht mitmachen und nicht allein formal. Diese Landesregierung hat politisch in dieser Form ausgedient. Ihr werdet aber bis zu den nächsten Landtagswahlen regieren, egal ob die regulär nächstes Jahr stattfinden oder früher. Das entbindet weder euch, geschweige denn uns, die uns diesbezüglich nicht zu Schulden kommen haben lassen, dass wir gut arbeiten. Das heißt für euch, diese Zeit, die euch bleibt, runter vom Ross, sich um die wahren Probleme kümmern, sich die Mehrheiten in dieser Aula, in diesem Wettbewerb der Lösungen und nicht nur der Ideen der Lösungen, wirklich für die Bürger zu arbeiten. Das ist euer Auftrag. Und so viel, so professionell müsst ihr sein. Und so viel Professionalität, Landeshauptmann, hätte ich auch dir zugetraut, vor allem, wenn du die ganze Geschichte von den Telefonakten von Wiedmann schon über ein Jahr gewusst hast. Warum geht es dann nicht noch ein Jahr? Ihr werdet gut bezahlt dafür, professionell zu arbeiten. Dass man nicht immer mit jedem kann, ist klar. Aber messt euch an der Arbeit, messt euch an der Leistung, die ihr für die Bürger bringt. Und nicht, ob ihr untereinander gucken könnt. Und deshalb noch einmal der Aufruf, thematisch hier diese Zeit, die dieser Regierung bleibt, wirklich so zu nutzen, dass wir die Probleme, die auf der Straße liegen und die die Bürger jetzt gelöst haben wollen, zumindest zeitnah, dass wir das angehen. Vielen Dank.